Mein Dad ging aus der Überzeugung zur Sternenflotte. Ich wollte mir was beweisen. Du wolltest sehen, ob du in seine Fußstapfen passt. Die ganze Zeit hast du versucht, wie dein Vater zu sein. Und jetzt fragst du dich, was es wohl bedeutet, du selbst zu sein. Das ist nicht ungewöhnlich. Es ist leicht, in den Weiten des Weltalls verloren zu gehen. Da gibt es nur sie selbst. Ihr Schiff. Ihre Mannschaft. Du willst wirklich wieder da raus, was? Was zur Hölle ist das? Wir werden geentert. Schiff evakuiert. Oh mein Gott. Ich weiß, wieso du hier bist. Wieso wir alle hier sind. Unser Käpt'n wird uns holen kommen. Und Gnade wird das Letzte sein, was er im Sinn hat. Ich hoffe, dass das so ist. Die Furcht vor dem Tod ist unlogisch. Die Furcht vor dem Tod hält uns am Leben. Er tötet jeden, der dorthin geht. Das da draußen sind unsere Freunde. Wir können sie nicht im Stich lassen. Einheit ist nicht eure Stärke. Sie ist eure Schwäche. Ich glaube, sie unterschätzen die Menschheit. Haltet euch fest! Feuer frei! Los, los! Entschuldigung. Das ist sein Stuhl. Keine Mannschaft. Wie kommen wir da wieder raus? Wir werden Hoffnung finden.